Referate mit Stil von der Themenfindung bis zur Bewertung mit zahlreichen Tipps für tolle Referate, die allen Spaß machen. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Ob man das mit einem S oder mit zwei S schreibt, stellt ungewöhnlich viele Menschen vor ein Problem. Die beiden kann man nämlich ziemlich leicht unterscheiden. Nun gibt es aber nicht nur beim das dieses Problem. Auch den oder den wird häufig verwechselt. Und dabei ist die Regel hierfür sogar noch einfacher. Wir machen es kurz und knapp. Den mit einem N ist ein Artikel, so wie der, die oder das. Den steht dabei nur bei maskulinen Wörtern, also Wörtern, die grundsätzlich den Artikel der brauchen. Der Ball, der Mann, der Hund zum Beispiel. Je nachdem, in welchem Fall das Substantiv steht, könnt ihr aber nicht mehr der sagen. Ich suche der Ball ist nicht richtig. Es muss heißen, ich suche den Ball. Und dieses Den schreibt man mit nur einem N und spricht es auch mit einem langen E. Da man manchmal aber auch nur einen Artikel verwendet und das Substantiv nicht erneut wiederholt, kann Den auch mal alleine stehen. Hast du den Lehrer gesehen? Nein, den habe ich nicht gesehen. Anders ist das bei Den mit zwei N und einem kurzen E. Das ist kein Artikel, sondern fast immer eine Konjunktion, also ein Bindewort. Damit verbindet ihr zwei Teilsätze. Das Den könnt ihr dabei fast immer durch das Wörtchen Weil ersetzen, denn es leitet normalerweise eine Begründung ein. Ich kann nicht nach Hause, denn ich habe keinen Schlüssel. Die Reihenfolge der Wörter kann sich jedoch verändern, wenn ihr Weil statt Denn verwendet. Inhaltlich ändert sich aber nichts. Es gibt zwar auch noch zwei oder drei andere Möglichkeiten, wann Denn mit zwei N geschrieben wird. Diese gehören jedoch zu den veralteten Ausdrucksweisen, sodass ihr das heute kaum noch irgendwo findet. Es sind also wirklich nur diese zwei Punkte, die ihr euch merken müsst. Das ist schon das ganze Geheimnis. Ist eigentlich sogar ziemlich peinlich, wenn man das falsch macht, denn schwierig ist das wirklich nicht. Das eine ist ein Artikel und das andere kann durch das Wort Weil ersetzt werden. Im Gegensatz zum Das mit einem oder zwei S hört man den Unterschied sogar. Viel einfacher kann es ja gar nicht sein, oder? Viel einfacher kann es ja gar nicht sein, oder?